Irgendwo im Pazifik, 20.09.2016, 20 Uhr. Nach einer halbstündigen Pause, die Alex in einer verschlossenen Kabine verbrachte, wurde er gegen 20 Uhr wieder zum Verhör geführt. Sie haben mich gefragt, wie ich zu dieser Sicht gekommen bin, begann Alex das Gespräch. Wie jeder Christ habe ich natürlich mehrfach von Johannes 3 gehört und gelesen. In allen Predigten habe ich vermisst, dass erklärt würde, wo im Alten Testament von der Wiedergeburt die Rede ist. Sie kennen die Problematik? Ja, sagte Mayers, wir haben das ausgiebig analysiert, sind aber auch hier zu keinem Ergebnis gekommen. Alle Theologen, die wir gefragt haben, und ich kann Ihnen sagen, da waren sehr renommierte Leute drunter, konnten uns hier nicht wirklich weiterhelfen. Das Einzige, was wir finden konnten, war in Hesekiel 11 und in Hesekiel 37. Und dann hat uns ein Professor Dr. Tiefenbrunner aus Zürich eine Stelle aus Jesaja 66 genannt. Da geht es wohl um die Wiedergeburt des Staates Israel. Aber wir haben in der ganzen Bibel keine weitere Stelle gefunden, die aussagt, dass Israel als Staat wiedergeboren werden würde. Als Mayers den Namen Tiefenbrunner sagte, traf Alex der Name wie ein Hammer. Tiefenbrunner war also auch im Projekt Abraham involviert. Und der Grund, warum er so großes Interesse geheuchelt hatte, war allein der, dass er seine Informationen wahrscheinlich umgehend an die für ihn zuständigen Stellen und vielleicht sogar hier auf die Fregatte gemeldet hatte. Jetzt war Alex auch klar, warum er so ein seltsames Gefühl nach dem Gespräch hatte. Die Verräter kommen aus den eigenen Reihen. Das hatte auch Jesus erlebt. Klar, eine Supermacht wie Amerika hat überall in der Welt Verbindungen. Tiefenbrunner. Mit seinem großen Haus an der Goldküste. Ein Judas. Wahnsinn, dachte Alex. Er war geschockt, aber zumindest zeigte ihm das, dass Mayers tatsächlich keinerlei Informationen vor ihm verbarg. Sie war vollkommen offen. Das war einerseits natürlich beeindruckend, andererseits brachte es Alex in große Gefahr. Je mehr er wusste, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn nicht mehr gehen ließen. Nie mehr. Was wäre, wenn er das Verhör einfach abbrechen würde? Er würde sagen, dass er zwar von der Wiedergeburt Jerusalems wisse, aber nichts darüber hinaus. Nichts über die Selokidenkönige, nichts über Daniel 11, nichts über die zwei Zeugen in Offenbarung 11, nichts über deren Zukunft und nichts über deren Vorherschattung im Alten Testament. Nichts über Zacharja 9 und 12 und 14. Vielleicht ließen sie ihn dann gehen? Vielleicht wäre ja auch die Information über die Wiedergeburt Jerusalems so unbedeutend für sie, dass sie ihm ein Schweigeversprechen abnehmen würden und ihn laufen ließen, hoffte er in einem winzigen, unrealistischen Moment. Er würde seine Familie und seine Kinder wiedersehen und er könnte weiterleben wie bisher. Mayers schaute Alex tief in die Augen und spürte instinktiv sein Zögern. Um ihren Glauben an die Theologen nicht gänzlich zu zerstören, darf ich Ihnen sagen, dass nicht alle bereit waren, mit uns zusammenzuarbeiten. Einige Theologen weigerten sich hartnäckig. Ich glaube, das hat sie ganz schön viel Nerven gekostet. Wir verfügen bei unseren Überredungskünsten über ein, lassen Sie mich sagen, vielfältiges Repertoire, wenn Sie wissen, was ich meine. Und wir können sehr hartnäckig sein. Aber ich habe sie unterbrochen. Sie wollten mir sagen, wie Sie zu den ganzen Informationen gekommen sind. Ja, erwachte Alex aus seinen Gedanken. Nachdem mir niemand die Frage nach der Wiedergeburt im Alten Testament beantworten konnte, habe ich mich also selbst auf die Suche gemacht. Ich habe viele Bücher gelesen, viele Pastoren besucht und nach der Wiedergeburt im Alten Testament befragt. Und es ging mir genau wie Ihnen. Auch mir wurde immer Hesekiel und manchmal auch Jesaja 66 vorgeschlagen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass in den beiden Stellen in Hesekiel nicht von einer Wiedergeburt die Rede ist, sondern von der Gabe des Geistes und von Herztransplantation, aber nichts von Geburt beziehungsweise Wiedergeburt. Das wird von vielen nur immer wieder in die Stelle hinein interpretiert, weil man sonst keine andere Bibelstelle kennt. Mit der Stelle in Jesaja 66 konnte ich zunächst auch nichts anfangen, später aber schon. Vielleicht darf ich zu Jesaja 66 noch Folgendes vorweg schicken. Sie haben eben erwähnt, dass dort von der nationalen Wiedergeburt Israels die Rede sei. Aber wenn Sie Jesaja 66 genau lesen, dann geht es nicht um Israel. Es geht um Jerusalem. Und es ist für mich sehr interessant, dass Ihre Computer auch keine weitere Aussage in der Bibel dazu gefunden haben, dass Israel als ganze Nation wiedergeboren werden solle. Paulus schreibt zwar davon, dass ganz Israel gerettet wird, aber er schreibt nichts von einer nationalen Wiedergeburt des Staates Israel. Und wenn Sie Zacharja 12 lesen, dann steht dort nicht, dass Israel den sieht, in den Sie gestochen haben, sondern dort steht, dass das Haus David und die Bürger zu Jerusalem ihn sehen. Auch diese Bibelstelle in Zacharja 12 steht also in unmittelbarem Zusammenhang zur Stadt Jerusalem und eben gerade nicht zum Volk Israel. Diese Formulierung einer Wiedergeburt des Landes Israel hat sich irgendwie im Zusammenhang mit der Neugründung des Staates Israel eingeschlichen. Vielleicht stammt sie von den sogenannten Zionisten, aber es ist kein biblischer Begriff im engeren Sinn. Mir scheint, dass die Christen die Formulierung einer nationalen Wiedergeburt Israels übernommen haben, ohne sie in der Bibel selbst nachvollzogen zu haben. Das hatte Alex eigentlich nicht vor. Eigentlich wollte er nichts über Zacharja 12 sagen oder zumindest wollte er es sich nochmals überlegen. Aber es brauche aus ihm hervor und nun war das Interesse von Myers geweckt. Sie klingelte nach der Ordonanz. Ein junger Lieutenant betrat den Raum. Phil, seien Sie so gut und geben Sie die Informationen zu Zacharja 12 in den Computer ein. Ich möchte gerne wissen, was er dazu ausspuckt. Okay, sagte Phil und verließ den Raum. Myers drehte sich noch einmal um und rief hinter ihm her, Aaron weiß Bescheid, er hat die Algorithmen. Er soll es mit Jesaja 66, den Hesekiel, stellen und mit der Auswertung zu den Stellen aus den kleinen Propheten vom vorigen Monat abgleichen. Er soll sich beeilen. Nach einer Viertelstunde kam Phil wieder zurück. Die Aussagen Christchoffs sind allesamt richtig. Vom Rechner sind keine logischen Widersprüche festgestellt worden. Danke, Phil. Myers wendete sich wieder Alex zu. Okay, Sie sind also auch nicht weitergekommen. Und dann? Dann kam ich in meiner täglichen Bibellese eines Tages zu 2. Könige 18 und 19. Es geht dort um die Belagerung Jerusalems. Hiskia lässt in seiner Not dem Propheten Jesaja ausrichten, dass irgendwelche Kinder an die Geburt gekommen seien, aber keine Kraft da sei, sie zu gebären. Diese Bibelstelle passt überhaupt nicht in den Zusammenhang. Ich hätte viel besser verstehen können, wenn Hiskia gebetet hätte, dass Gott seine Stadt rettet und den Belagerer tötet. Aber Hiskia tut das nicht. Er redet seltsamerweise von Geburt, obwohl an dem damaligen Tag doch wohl mehr der Tod zu erwarten war als alles andere. Diese Stelle war die erste, die im Zusammenhang mit der Wiedergeburt meine Aufmerksamkeit erregte. Ich habe mich dann mit den verschiedenen Belagerungen Jerusalems befasst, die in der Bibel beschrieben werden und schließlich auch im Buch Jeremia etwas Ähnliches gefunden. In mehreren Kapiteln steht im Zusammenhang mit der Belagerung der Stadt Jerusalem durch die Babylonier immer wieder von Geburtswehen und Geburtsschmerzen. Vergleichbar ist dann auch in Misha Kapitel 4 und 5 und es gab viele weitere Bibelstellen, die sich plötzlich zu einem großen Ganzen zusammenfügten. Vielleicht darf ich hier ergänzen, dass auch Jesaja 7 eine Belagerung Jerusalems behandelt. Hier dann allerdings unter Ahaz, dem Vater von Hiskia. Die Belagerer waren auch nicht Babylon oder Assyrien, sondern es war eine Koalition aus Syrien und dem Nordreich Israels. Diese Koalition aus Syrien und Israel belagerte Judah und insbesondere die Stadt Jerusalem und als Ahaz ein von Jesaja angebotenes Gotteszeichen ablehnt, gibt Gott selbst ihm ein Zeichen, nämlich eine Jungfrau wird schwanger werden. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich dieses Zeichen noch nicht ganz verstehe. Aber eines ist ganz klar, bei allen drei Belagerungen der Stadt Jerusalem ist jedes Mal von Geburt und Geburtswehen die Rede. Und jetzt kommt das Interessante. Jesaja 66 spricht davon, dass Zion gebären wird ohne Wehen. Das heißt, es wird ein Kind geboren von einer Frau, die keine Wehen hatte. Wenn man jetzt die Angst während der Belagerung mit Wehen gleichsetzt und wenn man Misha 4 und 5 berücksichtigt, wo geschrieben steht, dass die, die gebären soll, tatsächlich auch gebären wird, dann ist die Brücke sehr schnell dahin geschlagen, dass die Tochter Zion selbst in Wehen kommt und gebären wird. Die Stadt Jerusalem wird in diesen Visionen mit einer schwangeren Frau verglichen. Verstehe, murmelte Myers. Ja, sagte Alex, nun war er voll in Fahrt, aber die Erkenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man sich durchgerungen hat, dieses Faktum der Bibel zu akzeptieren, gehen einem die Augen auf. Es gibt eine Fülle von Stellen im Neuen und im Alten Testament, die nun, wie soll ich sagen, außerordentlich verständlich werden. Vielleicht glaubte man schon bisher, diese Stellen verstehen und auslegen zu können, aber jetzt, mit der neuen Perspektive, gewinnen viele Schriftstellen unvorstellbar viel Gewicht und Tiefe. Fast könnte man sagen, sie werden dreidimensional. Dreidimensional? Wie meinen Sie das? Nun, ich habe Ihnen doch in unserem ersten Gespräch von der Tochter des Jairus berichtet und von der blutflüssigen Frau. Das war ein Beispiel. Haben Sie noch mehr davon? Ja. Welche? Zum Beispiel Jesu Wandel auf dem Wasser. Wie? Jesus sah vom Berg, auf dem er sich befand, wie die Jünger mit ihrem Boot in einen Sturm kommen. Als er vom Berg herab ihnen zu Hilfe eilte und das Boot endlich gefunden hatte, wollte er an ihnen vorüber gehen. Verstehen Sie das? Nein. Steht das da? Ja, steht im Markus-Evangelium, Kapitel 6. Phil, holen Sie uns eine Bibel. Fünf Minuten später war Phil wieder da und reichte Meyers eine Lutherbibel. Sie schlug Markus 6 auf und las, um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorüber gehen. Tatsächlich, staunte sie. Damit nicht genug, sagte Alex. Die Geschichte ist voller Unmöglichkeiten. Die Jünger waren mitten auf dem See. Der See Genezareth ist zwölf Kilometer lang und neun Kilometer breit. Aber bei Nacht kann man keine vier, fünf Kilometer weit sehen, insbesondere wenn Sturm herrscht. Als Jesus dann übers Wasser zu seinen Jüngern kam, was an sich ja schon unglaublich genug ist, und sie ihn schließlich doch ins Boot nahmen, sind sie sofort am gegenüberliegenden Ufer. Vier, fünf Kilometer in null Sekunden? Das passt alles nicht so richtig. Und jetzt steht auch noch da, dass Jesus an ihnen vorüber gehen wollte? Wo wollte er denn hin? Konnte er nicht froh sein, das kleine Boot in der dunklen, sturmgepeitschten Nacht überhaupt gefunden zu haben? All diese Begebenheiten können sie nur mit dem Vorhandensein einer zweiten Bedeutungsebene erklären. Und wie ist die ihrer Meinung nach? Alex schmunzelte. Wissen Sie, die meisten, denen ich davon erzählt habe, haben mich erst ungläubig angeguckt. Dann haben sie es in der Bibel nachgelesen, aber keine Erklärung finden können. Schließlich haben sie neugierig nach der Auflösung gefragt. Und wenn ich es ihnen dann erklärt habe, dann haben sie es doch nicht geglaubt. Was, wenn ich ihnen glaube? Fragte Meyers. Es ist ein heilsgeschichtliches Bild, löste Alex das Rätsel auf. Jesus ist auf dem Berg im Gebet. Das ist Christus vor seinem Kommen als Mensch in die Welt. Denn er sieht vom Berg, also quasi vom Himmel herab, wie die zwölf Jünger, das ist ein Bild für sein Volk Israel, im aufgewühlten See Genezareth, das ist ein Bild auf das Völkermeer, große Not haben. Er steigt also vom Himmel herab, bildhaft vom Berg, durchquert die ganze Völkerwelt, bildhaft geht er übers Wasser, und kommt zu seinem Volk, also zum Boot der Jünger, okay? Okay. Jetzt die Übersetzung in die Heilsgeschichte Gottes. Christus kam vor 2000 Jahren zwar zu seinem Volk Israel, aber eigentlich war schon entschieden, dass er die neutestamentliche Gemeinde oder Kirche suchte. Deshalb wollte er an ihnen vorübergehen. Er kam zwar zum Boot der Jünger, bildhaft zu seinem Volk Israel mitten im Völkermeer, aber eigentlich wollte er zur neutestamentlichen Gemeinde. Am Ende der Zeit, und diese beiden Ereignisse fasst unsere Geschichte hier übergangslos zusammen, kommt er zu seinem Volk, steigt gleichsam ins Boot und sofort bricht sein Königreich an. Sie sind am gegenüberliegenden Ufer. Der Sturm ist gestillt, es ist Tag, alle werden gesund. Es ist ein prophetisch- heilsgeschichtliches Bild. Jetzt passt alles. Aha, sagte Meyers, die nun doch nachdenklich geworden war. Sie schwieg eine Weile und dachte nach, während sie ihren Bleistift zwischen Zeige und Mittelfinger schwingen ließ. Alex ließ ihr Zeit und wartete ruhig ihre Reaktion ab. Also ist die Geschichte für sie eine Allegorie? Auch, aber damit meine ich nicht, dass sie sich nicht genauso zugetragen hat. Die Bibel beschreibt hier also Tatsachen, sie meinen, Jesus ist tatsächlich übers Wasser gegangen? Ja. Meyers dachte nach. Sehen Sie, sagte Alex, es ist beides, die Beschreibung eines tatsächlichen Ereignisses und gleichzeitig eine tiefere geistliche Bedeutungsebene. Als junger Christ dachte ich, dass die Evangelien leicht, die Paulusbriefe aber sehr schwer zu verstehen seien. Später ging es mir genau umgekehrt. Ich bin Stück für Stück immer tiefer in die Bibel eingestiegen und dann kam irgendwann die Sache mit Johannes 3. Erst wollte ich meinen Augen nicht trauen, die Wiedergeburt war tatsächlich im Alten Testament vorhanden und sie stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der Belagerung Jerusalems. Stück für Stück fügten sich die Puzzleteile zusammen. In der Heilsgeschichte Gottes gab es zum ersten Mal Wiedergeburt zu Pfingsten vor 2000 Jahren und zwar in Jerusalem. Das war die Verheißung aus dem Alten Testament an die Stadt und deshalb hat Jesus den Jüngern auch gesagt, dass sie in Jerusalem auf die Verheißung warten sollten, denn dort würde die Verheißung der Geburt aus dem Alten Testament erfüllt werden. So genau kannte Jesus Gottes Wort. Aber Jerusalem war damals zu Pfingsten nicht belagert. Das heißt, die Tochter Zion hat geboren, ohne Wehen gehabt zu haben. Und genau das steht in Jesaja 66. Also auch diese Stelle passt jetzt für mich zusammen. Als sich das alles schlussendlich anerkannt und als eine biblisch begründete Wahrheit akzeptiert hatte, fand ich immer weitere Bibelstellen, Begebenheiten, Typologien, Allegorien etc. im Alten Testament, die das Thema ergänzten und weiter bewiesen. Irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich nicht weiter zweifeln konnte und wollte. Die Hinweise und Belege in der Bibel waren zu überzeugend. Und so fügte sich schließlich auch Sahaja 12 in diese Reihe ein. Das Haus Davids und die Bürger zu Jerusalem, das sind die beiden, die den Durchstochenen, also Jesus Christus, sehen werden. Und nichts anderes behaupte ich. Also ist meine Aussage auch nicht im Widerspruch zu Sahaja 12. Selbst Jesus redete in seinen Endzeitreden von Wehen. Paulus spricht davon, eine unzeitige Geburt zu sein. Und in Galater 4 spricht er davon, dass das Jerusalem, das Droben ist, keine Geburtswehen leidet. Ganz einfach deswegen, weil das himmlische Jerusalem nicht belagert werden kann. Verstehen Sie, die Beweislage ist so erdrückend, dass es irgendwann unwissenschaftlich gewesen wäre oder vielleicht darf ich auch sagen ungläubig gewesen wäre, wenn ich dem Wort Gottes hier keinen Glauben geschenkt hätte. Meyers schrieb, was ihr Stift hergab. Leider, fuhr Alex fort, hat sich eigentlich niemand, den ich darauf angesprochen habe, für diesen biblischen Befund interessiert. Viele Mitchristen waren mit dem Thema theologisch und auch wegen ihrer geringen Bibelkenntnis vollkommen überfordert. Pastoren, die ich darauf angesprochen habe, hatten nicht den Mut, sich des Themas anzunehmen. Sie haben auch dessen Tragweite nicht verstanden. Ich habe dann verschiedene Theologen in Deutschland angeschrieben, denen ich das Thema vorgestellt habe, aber keinerlei Echo bekommen. Irgendwann habe ich willkürlich vier oder fünf Theologen ausgewählt und einer von ihnen war Professor Dr. Tiefenbrunner in Zürich. Meyers nickte. Sie wusste ohnehin Bescheid. Aber sie schätzte es, dass Alex ihr Gegenüber auch ehrlich war. Er war ein ebenbürtiger Gesprächspartner. Wissen Sie, sagte Alex, als ich die Aussagen der Bibel über die Wiedergeburt Jerusalems akzeptiert hatte, fand ich plötzlich sogenannte Allegorien, also Bild- oder gleichnishafte Textstellen dafür, dass das alte Jerusalem im hohen Alter von 2000 Jahren noch einmal Geburt erleben wird. Es ist wie Archäologie in der Bibel. Man gräbt Altbekanntes und Neues aus dem Wort aus. Meyers dachte an die Worte Jesu. Darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Denken Sie nur an Sarah, fuhr Alex fort, die Frau Abrahams. Sarah und Abraham waren schon weit über das Alter hinaus, in dem man Kinder bekommt. Aber im hohen Alter gebiert Sarah ein Kind der Verheißung, Isaac. Paulus nimmt hierauf, er auch sehr eingehend Bezug in Galater 4. Sarah ist ein Bild auf Jerusalem und das schon tief im Alten Testament, viele Jahrhunderte und Jahrtausende bevor das zu Pfingsten geschehen sollte. Verstehen Sie, fragte Alex. Ja, sagte Mayers. Sie überlegte tatsächlich, ob das jetzt prophetische Rede wäre. Alle die Aussagen, die Alex traf, konnten sie mit Hilfe des Rechners an der Bibel nachvollziehen. Es waren keine hysterischen Proklamationen, keine emotionalen Ausbrüche. Es war eine ganz normale, nüchterne Argumentation anhand der alten Texte, aber mit großer Akkuratesse und einer bestechenden Klarheit. Sie erinnerte sich, dass ihr das bei Paulus auch immer wieder imponiert hatte. Paulus argumentierte, bildete kausale Zusammenhänge und wies immer wieder auf Aussagen des Alten Testaments hin. Das, was sie von Christchaff hörte, war kein Geschwätz. Das war die tiefere Ebene hinter oder über dem Wort Gottes. Sie schwieg. War es das, wonach sie suchten? Zumindest kam es dem sehr nahe. Sie sah Alex an. Es fehlte nicht viel und ich würde ein Christ, sagte sie. Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein sie, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese Fesseln, erwiderte Alex. Nun, Fesseln tragen sie ja keine, sagte Myers. Sie lächelte. Aber es war nicht das oberflächliche Lächeln, das man in einem oberflächlichen Gespräch zu lächeln pflegt. Sie wussten beide, dass das, was Alex sagte, die Wahrheit war. Aber Myers besann sich sehr schnell wieder auf ihren Auftrag. Sie atmete durch und schaute auf ihre Gesprächsnotizen. Haben Sie den Film mit dem Titel »Auf der Suche nach den Spuren des Exodus« gesehen? fragte sie. Ich war zur Premiere eingeladen, sagte Alex. Was halten Sie von dem Film? Oh, er ist extrem gut gemacht. Man muss ihn mehrmals anschauen, um die ganzen Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Aber das Thema ist sehr interessant und wichtig. Hat er eine zweite Bedeutungsebene? Nein, es gibt nur die eine Ebene, die gezeigt wird. Diese Ebene ist exzellent aufbereitet und sehr interessant anzuschauen. Lassen Sie uns gleich noch über den Film reden. Ich möchte Sie erst noch darauf hinweisen, wie wir Menschen üblicherweise etwas wahrnehmen. Wie wir etwas wahrnehmen? Ja, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich Christ wurde. Ich nenne es gerne die Eva-Theologie. Wie? Meier runzelte fragend die Stirn. Na, die Eva-Theologie oder das Eva-M-Gelium. Er lachte. Mayers verstand nicht. Eva hatte durch Adam von Gott klare Anweisungen, wie sie sich im Paradies verhalten sollte. Gott hatte zu Adam gesprochen und Adam hatte mit ihr gesprochen. Aber als Eva in der Folge den Baum der Erkenntnis sah und die Schlange ihrer Einflüsterungen an Eva losgeworden war, machte sie einen kapitalen Fehler. Sie hörte auf die Schlange und lenkte ihren Blick auf den Baum. Sie sah sich selbst den Baum an und bildete sich ihre eigene Meinung. Sie löste sich von dem, was Gott ihr gesagt hatte und machte sich ihre eigene Meinung. Verstehen Sie? Ihre eigene Meinung. Man kann das gar nicht genug betonen. Der Baum war ihrer Meinung nach gut anzusehen und er machte ihrer Meinung nach klug. Eva bildete sich ihre eigene Meinung und genauso nehmen wir unsere Welt wahr, seit Adam und Eva. Wir bilden uns über etwas unsere eigene Meinung. Aber was ist eigentlich der Maßstab, an dem wir etwas messen oder einordnen oder interpretieren, wenn wir Gottes Wort verlassen? Wir sehen etwas, erleben etwas, durchleben etwas, hören etwas, was auch immer. Wir bilden uns unsere Meinung dazu, aus unserer Erfahrung, unseren Motiven, unserer Welt, aus unserem eigenen Ich und für unser eigenes Ich bilden wir uns unsere Meinung. Aber wir haben vergessen, was Gott zu uns in der Bibel gesagt hat. So entsteht ein irdisches, menschlich verständliches Evangelium, das unsere Erfahrungen, unser Erleben und Fühlen in die Bibel hineinträgt und schließlich die Bibel, Gottes Wort an uns, ersetzt. Das ist das Evangelium. Alex lächelte und lehnte sich zurück. Weiter spornte Meiers hinan, fahren sie fort. Nehmen wir die politischen Ereignisse in der Welt. Viele Pastoren bilden sich ihre Meinung dazu und tragen diese ihre eigene Meinung in die biblische Prophetie hinein. Ein Beispiel. Als die Amerikaner in den frühen 90er Jahren den Irak angriffen, gingen viele Pastoren her und haben ihren Eindruck, ihre Meinung und ich formuliere das bewusst negativ, die sie aus ihrer Beobachtung der politischen Geschehnisse gewonnen gewonnen hatten, in die Bibel hineingetragen. Sie sind der Versuchung erlegen, das Bild aus Daniel 8 und insbesondere den Vers 5 aus dem Zusammenhang zu reißen. Dort steht geschrieben, Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazer erschien mir Daniel ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe ein Witter stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere und das höhere war später hervorgewachsen. Ich sah, dass der Witter mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde ohne den Boden zu berühren und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Viele Pastoren Amerika sei ihrer Meinung nach der Ziegenbock und der Widder sei der Irak. Amerika schickte im Irakkrieg Flugzeuge von den Staaten nonstop bis in den Irak. Sie warfen dort ihre Bomben ab und flogen nonstop wieder zurück, ohne zu landen. Nun behaupteten viele Pastoren, der Ziegenbock sei ein Bild für Amerika, das von Westen her nach Osten fliege, ohne die Erde zu berühren und gegen den Widder kämpfe und ihn besiege. Was für ein Unsinn, verstehen sie? Sie haben nicht die Bibel in ihrem Zusammenhang stehen lassen. Die Verse werden sogar noch im gleichen Kapitel in Daniel 8 Vers 20 erklärt, denn dort steht, der Widder mit den beiden Hörnern, die du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Viele Theologen und Pastoren haben sich an den in der Bibel deutlich formulierten Aussagen gar nicht erst lange aufgehalten, sondern haben die Bibel ihre eigenen Beobachtung und Meinung zu den politischen Verhältnissen angepasst. Sie machten es genau umgekehrt, wie Gott es eigentlich gedacht hatte. Sie machten es wie Eva. Sie dachten und denken aus dem sichtbaren und aus dem erlebten in die Bibel hinein statt umgekehrt. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Christen bis heute diesen Unsinn nachplappern. Es geht ihnen wie Eva. Sie haben etwas gesehen, sie haben sich eine Meinung dazu gebildet und dann vergessen sie, was Gott gesagt hat. Sie laufen los mit diesem Unsinn und blamieren am Ende sich selbst und die Schrift. Aber sie haben sich eine Zeit lang wichtig gemacht, weil sie etwas Neues zu erzählen hatten. Und viele Christen laufen dem hinterher, ohne nachzudenken. Das ist tatsächlich töricht. Das ist das Evangelium. Und genau das finden sie bei dem allseits bekannten, leider aber nicht biblischen Begriff der nationalen Wiedergeburt des Volkes Israel am Ende der Zeit. Ich verstehe, sagte Mayas. Aber zurück zum Film. Das Problem ist folgendes. Wie kann ich das, was im Film gezeigt wird, wirklich wahr ist? Alex machte eine Pause und sah Mayas an. Nun, antwortete Mayas, eigentlich, nun ja, eigentlich müsste jeder, der das möchte, Archäologie und Architektur studieren und nach Ägypten oder Israel fahren, die Ausgrabungsstätten selbst anschauen und die Aussagen des Films dort überprüfen. Anders geht's nicht. Richtig, sagte Alex. Jeder, der es genau wissen will, müsste das tun. Wenn ich überprüfen wollte, ob auf dem Tempelberg ein dritter Tempel genau über der Stelle errichtet werden könnte, wo einst die Bundeslade gestanden haben soll, wie vielfach behauptet, müsste ich nach Israel fahren und den Tempelberg vermessen. Alle diese Dinge bewegen sich in der sichtbaren Welt und eben diese sichtbare Welt zeigt auch der Film. Eines muss man den Machern zugute halten und das kann man nicht hoch genug bewerten. Sie dann hat ein sehr begabter und promovierter Theologe aus der Schweiz die Chronologie der Bibel neu abgeglichen. Er hat zum Beispiel entdeckt, dass Israel schon sehr viel früher aus Ägypten ausgezogen sein muss, als das bislang allgemein angenommen wurde. Und plötzlich passen die archäologischen Funde zur Bibel und erklären diese, weil man einfach in tieferen Schichten suchen muss. Diese Männer, Theologen und Archäologen, haben also zumindest die richtige Richtung beschritten, nämlich aus der Bibel in die Archäologie und nicht umgekehrt. Sie haben zunächst die Verlässlichkeit der Bibel vorausgesetzt und erst dann den Schritt in die sogenannte sichtbare Welt gemacht, hier eben die Archäologie. Sie finden in diesen tieferen Schichten plötzlich sehr viele Hinweise, man muss sogar sagen Beweise dafür, dass ihre biblische Sichtweise des frühen Auszugs aus Ägypten richtig ist. Sehen Sie, das hat mich sehr gefreut. Aber es wird dennoch der Weg aus der Bibel heraus in die sichtbare Welt beschritten und beides miteinander abgeglichen. Wären in der Archäologie keine Beweise für die Echtheit der Bibel zu finden, würde man dann auch an der Echtheit der Bibel zweifeln? Aber tun sie nicht dasselbe? Was ist mit ihren aus der Bibel stammt? Es ist nicht aus archäologischen Grabungen abgeleitet oder aus der momentanen politischen Situation. Es mag sein, dass die politische Konstellation der nahen Zukunft plötzlich in Übereinstimmung kommt mit dem, was die Bibel als endzeitliche Konstellation vorhersagt. Aber zunächst einmal ist das, was ich gefunden habe, von äußeren Umständen ganz und gar unabhängig. Es bewegt sich lediglich Beispiel über die Wiedergeburt Jerusalems behaupte, in seiner eigenen Bibel nachlesen kann. So als ob Gott den Menschen, also jedem einzelnen Menschen die Quelle des Beweises direkt und unmittelbar selbst in die Hand gegeben hat. Die Bibel ist tatsächlich das meistgedruckte Buch der Welt. Bis auf wenige Ausnahmen kann jeder, der will, an der Heiligen Schrift selbst jederzeit alles nachprüfen. Es steht in jeder Bibel Er braucht nur seine Bibel, sonst nichts. Er kann dort leicht nachvollziehen, dass die Juden im Alten Testament diese Stellen über die Wiedergeburt ebenfalls kannten, sie aber nicht geglaubt haben, weil sie sie noch nicht verstehen konnten. Wie meinen sie das? Wenn sie zum Beispiel die Anmerkungen in der Scoffel Bibel lesen, dann sehen sie, Scoffel, der ein äußerst begabter Bibel derer seiner Zeit war, sich sehr gemüht hat, die Bibel Stellen in Jesaja 7 und in Jesaja 66 zu erklären, aber er konnte es noch nicht. Die Zeit war noch nicht da. Sie haben gerade gesagt, dass der Zeit Scoffels noch nicht die Zeit war. Ja. Ist jetzt die Zeit? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Zeit zumindest nahe ist. Niemand weiß genau, wann der Tag der Wiedergeburt Jerusalems sein wird. Aber ich glaube, wenn Gott sein Wort uns in dieser Weise eröffnet, dann ist es nicht mehr lange hin. Und das macht die Sache so brisant. Sie schwiegen eine Weile. Alex begann erneut. Die Sache mit der Wiedergeburt Jerusalems ist tatsächlich wie ein Schlüssel, mit dem man viele bislang dunkle Stellen der Bibel verstehen kann. Aber es gibt noch etwas Interessantes. Und das wäre? Bislang kannten wir zwei Tage in der Heilsgeschichte Gottes. Der eine ist der Tag der Entrückung, der andere ist der Tag, an dem Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg wiederkommt. Aber jetzt kennen wir noch einen dritten Tag und das ist der Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Dieses Wissen ist, wie gesagt, der Schlüssel zu einem Haufen Bibelstellen im Neuen und im Alten Testament. Aber leider hört mir bislang niemand zu. Es ist, wie Zacharja sagt, alle Lande liegen still. Nun, wie Sie sehen, hören wir Ihnen sehr gerne zu, sagte Meyers. Es war auch für uns enttäuschend, wie wenig die Mainstream Theologen zu dem Thema beitragen konnten. Wir waren zum Schluss schon ziemlich enttäuscht und irgendwie auch genervt, kann ich Ihnen sagen. Sie sprachen noch einige Zeit über Allegorien im Alten Testament, die mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun haben, und Alex erläuterte Meyers seine Sicht. Es war erstaunlich, wie viel Übereinstimmung sie trotz ihrer unterschiedlichen Motive das Thema zu ergründen jeweils fanden. Meyers ging sehr rational vor, Alex ging geistlich vor, aber scheinbar widersprach der Geist Gottes zumindest in diesem Gespräch der menschlichen Ratio nicht. Es schien so zu sein, als ob Gottes Geist der menschlichen Ratio aufhilft, sie gleichsam erleuchtet, nicht aber ausschaltet oder beiseite schiebt. Sowohl Meyers als auch Alex hatten in ihrem ganzen bisherigen Leben noch nie ein solch tiefgehendes und schonungslos ehrliches Gespräch geführt. Am nächsten Tag unterhielt man sich nochmals detailliert und Meyers repetierte. Sie hatte alles explizit notiert und ging das Gespräch mit Alex nochmals Punkt für Punkt durch. Im Anschluss wurde Alex wieder in seine Kabine eingeschlossen und Meyers meldete die Ergebnisse an ihre geheime Kontaktstelle. Die Mail wurde mit höchster Priorität versendet. Sie fragte gleichzeitig an, wie sie weiter mit Christchow verfahren solle. Obwohl er auf der anderen Seite stand, war er ihr nicht unsympathisch. Die Art und Weise, wie er mit der Bibel umging, imponierte ihr. Sie mochte diese nüchterne analytische Art. Er hatte gesagt, dass der Glaube auf Fakten aufbaut. Das wäre ein Glaube, den sie sich auch vorstellen könnte. Aber sie wichte den Gedanken schnell wieder beiseite. Sie hatte schließlich einen Auftrag zu erfüllen und sie hatte ganz gewiss nicht vor, ihre bisherige Überzeugung wegen eines einzigen Gesprächs werden oder er würde die zweite Alternative gefiel ihr nicht mehr.